Was ist das erste Spiel in Bern? Ich glaube, wir können zufrieden sein mit dem Start, den wir hatten. Mit dem ersten Spiel in Bern. Man hat gemerkt, dass es das erste Spiel in der Saison ist, dass wir noch nicht so eingespielt sind, wie das wahrscheinlich in der Mitte einer Saison ist oder gegen das Ende. Es gab viele Sachen, die noch nicht so funktionierten. Aber ich glaube, schlussendlich können wir mit dem ersten Punkt sehr zufrieden sein. Und dann im zweiten Spiel. Das war das erste Heimspiel vor dem heimischen Publikum. Da haben wir drei Punkte holen. Und im gesamten vier Punkte. Das ist sehr gut. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir noch nicht den Fussball spielen, den wir in dieser Saison wollen. Darum müssen wir weiter konzentriert sein und an den Fehler, die wir gemacht haben, versuchen wir zu verbessern. Es war ein sehr spezielles Gefühl. Ich weiss nicht, wie wir das selber schreiben. Es ist eine ganz andere Situation, als ich bis jetzt hatte. Ich bin schon als Nummer 27 beim FCB eingelaufen. Ich bin schon als Nummer 25 eingelaufen. Als Nummer 18. Und das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Aber wenn man die Nummer eins auf dem Rücken hat, für einen Spieler ist das eine ganz andere Situation. Und das war für mich natürlich ein toller Moment. Und auch das erste Spiel in Bern war ein toller Moment. Und ich freue mich riesig, wie gesagt. Ich freue mich riesig auf die weiteren Spiele, die kommen. Auf die ganze Saison. Und es ist eine tolle Herausforderung, die auf mich zukommt. Es ist natürlich toll, wenn die Fans, die das Spiel vor der Tribüne schauen, finden, dass man gut gespielt hat. Das freut mich natürlich. Das freut mich sehr. Und das motiviert mich auch. Und ich bin für mich selber sehr glücklich, dass ich doch einen guten Start hatte jetzt beim FCB. Weil der Druck war relativ gross auf mich jetzt am Anfang dieser Saison. Aber ich glaube, ich muss cool bleiben. Es sind jetzt zwei Spiele gespielt. Und die Saison ist noch sehr lang. Und da kommen noch sehr, sehr schwierige Spiele auf uns zu. Und ja, wie gesagt, cool bleiben. Und ich freue mich über den Start, den ich hatte mit der Mannschaft. Dass wir gut in diese Saison gestartet sind. Aber jetzt weiter Vollgas geben. Ich glaube, das erste Mal ist wichtig, dass wir sehr, sehr konzentriert in das Spiel gehen. Wir haben ja in den letzten zwei Spielen noch gewisse Sachen, die nicht so funktioniert haben. Klar, auch die Abstimmungen. Wir haben Kovac ist ein neuer Innenverteidiger. Ich bin ein neuer Goalie. Kai Fosser ist ein neuer Aussenverteidiger. Und das ist normal, dass das am Anfang noch nicht so funktioniert. Und das müssen wir jetzt von Spiel zu Spiel immer besser machen. Wir müssen viel mehr miteinander reden. Im Spiel selber. Und das werden wir auch morgen machen müssen. Kommunikation ist sicher ein wichtiger Punkt. Und ja, dann sehe ich das eigentlich sehr positiv gegen dieses Spiel. Ich muss sagen, ich habe wirklich eine tolle Saison gehabt bei GC. Und das hat mir auch viel gebracht, dass ich jetzt hier beim FCB Nummer 1 sein darf. Und ja, das ist für mich jetzt nicht ein sehr spezielles Spiel. Ich freue mich einfach darauf, dass ich die alten Mannschaftskollegen wieder sehe. Ein paar, die noch dort sind. Aber ich gehe natürlich auf Zürich mit dem FCB und will das Spiel gewinnen. Und die Drehpunkte nach Basel mit Heine. Und das ist eigentlich alles, was für mich zählt. Und dasérioן ist nicht wahr. Unschuldigung ist ja depuis so heute, am Ende. Gosh, es war mir nicht so persönlich im F Gardschirm. Also haben wir jetzt hier zusammen, am��겠습니다 und hierzu mit Heine. Na supp.